So, äh, die Männer und Frauen gehen von da drüben aus los. Mann! Schade. Klass. Ich wollte gucken, ob ich ihn zum Vermähren anregen kann, aber nein, schade nicht. Vermählen wäre der erste Punkt, aber okay. Wir arbeiten dran. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Dorfbewohner. Okay. Das klingt ein bisschen creepy, wenn er das so sagt. Wieso? Ach, nichts. Wir brauchen mehr. Arbeite. Weil derzeitig stehen wir auf, habe mindestens zehn Einwohner. Ja. Und für die anderen zwei haben wir halt auch noch theoretisch sogar Sachen zu tun. Das ist richtig. Zumindest möchte ich mal rausfinden, was die im Lagerhaus so anstellen können. Hm, sie mag das Wetter. Dich mag ich. Dich mag ich irgendwie nicht. Beides mochte er, glaube ich, nicht, oder? Hm. Oh, oh, oh. Er freut sich da drüber. Gut. Jagd? Ich mag das. Ich mag das, glaube ich, nicht gut, aber... Ich mag das, glaube ich, nicht gut, aber... Das mit dem frühen Vogel fand er, glaube ich, auch nicht gut. Die verschwimmen bei mir alle. Die sehen alle gleich aus. Jagd findet er nicht ganz kacke. Okay. Du hast einen Bewohner, der kein Zuhause hat. Du solltest eins zuweisen. Bei wem lassen wir sie einziehen? Du könntest die Häuseransicht öffnen? Dann siehst du ja, wer da schon mal wohnt. Warte mal, wie alt ist sie? 30. 30. Du hast kein Kerl, der so alt ist. Blöd, ne? Da muss noch mal ein Jungspund dran, ne? Harem's Haus. Die füllen. Wow. Ja, komm. Das ist ein junger Mann und zwei ältere Frauen, das wird schon. Pech dazu weisen. Habe ich gerade versucht? Dann lande ich hier. Kann ich nicht. Okay, in das Haus will keiner mehr einziehen. Zumindest sie nicht. Okay, dann geht das... Ist das vielleicht doch wegen Männer und Frauen? Das ist tatsächlich sich dadurch so... Keine Ahnung. Das heißt aber, wir müssen heute das andere Haus fertigstellen. Ja, dann ran, ne? Du solltest baden. Ähm, ich sollte ihr auch erstmal einen Job geben. Mhm. Einmal Lagerhaus probieren. Nicht das, sondern das. Ach, süßter Ladenbesitzer. Handeln die jetzt? Scheinbar. Vielleicht. Vielleicht kannst du jetzt Sachen bei ihr verkaufen, statt immer in die Stadt laufen zu müssen. Hm. Praktisch. Ja, aber jetzt noch nicht wirklich von Nutzen für uns. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass man... ...darüber gucken kann, was die herstellen können oder so. Kannst du über das Management gehen und sowas angucken oder... ...und fürs Haus? Ressourcentlager. Nö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Machst du das dann mit den Dorfbewohnerinnen auch so? Nur wenn sie anfangen zu grunzen So, ich meine wegen dieser komischen Standessache von damals Na ja, da gab es halt noch keine Standesämter Damit wurde das ja dann nachher geregelt Das, was du sagst Warum haben wir Nichts Nein, so viele Stöcker Also, warum nicht so richtig viele? Weil du den einen Holzschuppen nur zur Arbeit zugewiesen hast Hm, nun ja Jetzt weißt du warum Es ist zwar nett, dass du so viele Stöcker produzierst Aber macht Holz? Jo Gib ihm Ich wollte ja noch Steine mitnehmen Steine Das sind nicht sehr viele Steine Tja Ich würde sagen, das ist ein Problem Ich würde sagen, ich habe eine Spitzhacke Das ist richtig Ich würde sagen, wenn das Haus da fertig ist Ziehst du da rein um Und gibst dann deiner neuen Bewohnerin das alte Haus Oder was sagst du? Können wir so machen Ich muss nur heute fertig werden Steintechnisch könnten wir es sogar schaffen Wenn wir jetzt selbst noch unsere Spitzhacke nehmen Und ein paar Steine finden Ohne dass die Steine erschöpft sind Die steht halt jetzt einfach nur hier Und handeln kann ich nicht mit ihr Vielleicht braucht sie eine Weile dafür Ihr beide guckt mal nach Ob die wirklich irgendetwas tut Bevor wir sie da jetzt Ich versuch's Ich hab auch nicht gesagt, dass du sie da lassen sollst Ich hab nur gesagt, dass das halt Die einfachste Methode ist, das rauszufinden Weil in anderen Spielen hätte ich jetzt so gesagt Okay, sie ist dann so eine Art Die haben derzeit keine Funktion Also, was lassen wir sie dann machen? Wenn sie schon heimatlos ist, will ich ihr wenigstens eine Funktion geben Was kann sie denn? 38% Können wir uns erstmal schnell um? Ohne Das ist interessant Judas steine haben steine was was nein 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 es gar nicht die hat es umbestellt so ist rost und holz da die beide derzeit ja die ganze zeit auf und holzer sind mehr gut produzieren ja du darfst dich noch ausruhen solange ich nichts ordentliches für dich habe und so nicht so fordernd fix für nichts mit der derzeitigen dings fehlt uns ein rundholz ich hoffe das werden sie in der zeit wie das jetzt hier machen herstellen aber das wird schon aber dann theoretisch kann ich sie in die taverne stecken sobald sie bessere laune hat und sie dann einfach suppe kochen lassen aus dem fleisch was die andere brät wäre eine idee du hattest schon schlechtere ideen schatz und damit haben wir dann schon unsere erste nahrungsmittel kette ich glaube für die nächsten 18 bretter könnt ihr eure witzbücher wieder rausholen nein nur fürs kochen ja verdammt dann brauchen wir noch irgendeine entertainment möglichkeit für ich mache bretter ich habe einen ozean aber kein wasser wer bin ich eine landkarte richtig naja eher eine weltkarte aber eine landkarte zeigt land statt wasser eigentlich kenne ich den das dieses rätsel noch ein bisschen ausführlicher ja ich habe städte ohne menschen wälder ohne bäume wenn 30 männer eine villa in zehn monaten bauen wie lange dauert es dieselbe villa zu bauen wenn man nur 15 männer hat ja null sekunden richtig warum die anderen 30 männer die villa ja schon gebaut hatten ok so willst du mir jetzt damit sagen erstmal dass du dich auf diese herausforderung vorbereitet hattest das war das spontanste was ich gerade bei google gefunden habe so schnell ok und was nicht direkt witze vorlesen war oha hm schnelle internet wenigstens elmo nimmt seinen job ernst ja wo sind die steuern also grundsätzlich nehme ich meinen job nicht ernst das ist glaube ich auch besser so ja ist gesünder für die nerven ähm sie haben sieben rundhölzer in der zeit jetzt produziert ich dachte du brauchst eins ja habe ich ja mitgenommen also eins es gibt jetzt einen wunderschönen Pastillon also auch wenn das thema ansonsten nicht so wichtig ist für ein let's play aber das muss ich schon sagen sehr unterhaltsam ist ein bild von putin wie er sich an die stirn fasst als hätte er was vergessen mit dem titel ach kacke putin hat völlig vergessen us-wahlen zu manipulieren der Postillon steht jetzt eigentlich fest wer am besten betrogen hat äh wer gewonnen hat nein es wird ja äh es wird ja noch gezählt und wenn diese folge rauskommt wird es wahrscheinlich schon längst feststehen oder neu gewählt werden weil irgendwer das ergebnis angezweifelt hat ja das ist sehr interessant wie das da läuft ja es ist amerika der größte big brother verein den diese welt zu bieten hat ja und nein ich mag amerika ähm ok zum essen halt nicht ja ey komm das waren amerikaner ich hab voll bock auf amerikaner so richtig schön frische alles klar und schon wieder gehts ums essen ja und schon wieder schön also jeder der meine frau hört könnte denken wow die wiegt 240 kg pro bein Autsch sei nicht so rein rein so vom Essverhalten her aber tatsächlicherweise geht das bei ihr alles durch ja das sieht man auch diese Frau an sich verspeist einen Kuchen mit Wonne einfach mal so mit Wonne und die trägt Jeans die die da die platzen wenn ich die angucke tun sie nicht ich glaube das war symbolisch gemeint ach so dafür dass er zu fett ist dafür ja danke dass ihr es nochmal wiederholt habt ok ja es war nur zum Verständnis den Kontext hatte ich nicht verstanden Entschuldigung du hast Rundhölzer vergessen zwei stück ich weiß ja das war überhaupt nicht wieso tust du sowas ich wollte die Dame da nochmal ein bisschen quälen jetzt zu ihr hingehen sagen von wegen keiner mag dich deswegen wohnst du alleine ohne Haus das ist natürlich jetzt sehr nett von dir muss ich sagen Ehrlichkeit wird am längsten ja und jetzt verschwindet da oben in der Ecke dieses eine Person braucht noch ein Haus weil sie weggelaufen ist kurz bevor sie fertig wurde korrekt so die ist gleich weg wollte gerade sagen die ist gleich weg na dann weist ihr mal schnell ein Haus ähm erstmal ziehen wir in das neue Haus ein Pech dazu weisen Amelia ist da eine Frau da Amelia und du bist gleich mit umgezogen super und jetzt kannst du dein einfaches Haus so weil eben stand da noch zwei von drei deswegen bin ich einfach rausgegangen ja das muss gut sein das einfache Haus kriegt jetzt erstmal sie jo und welche Arbeiten machst du denn gerne Feldarbeit keine hm handeln und fischen hm alles Sachen die wir jetzt so dringend brauchen hm hm hast du jemand der Feld äh irgendjemanden der gut sozusagen im kochen wäre nein doch Siegfrieda wäre gut im kochen das ist deine Feldarbeiterin aber die ist eh die sind jetzt schon fertig mit allem hm das heißt dann ja die andere aber nur zwei hat weiß ich nicht ob die dann schnell genug wäre verstehst was ich meine aber du könntest die Siegfrieda schon mal in die Taverne stopfen hm 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 so und du kommst in die Scheune als Feldarbeiter hm 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 und nicht dass sie dir jetzt wegläuft oder wie nein wir wissen doch dass es diesen bug gibt dass man Sachen einmal laden also nachdem man den zugewiesen hat einmal laden muss und dann machen die das auch ja eventuell ist dann noch der Laden eröffnet der dem der der mal kicken ja also radschi sonst nicht wie kirchens die war gerade eben auch auf zwölf ja okay das soll sich nicht so haben die darf mein altes haus bewohnen da sind eine winter sachen drin ich weiß nämlich dass die gelöscht werden wenn die irgendwie in der nacht da drin sind oder sowas falsches haus jetzt können wir sogar mal gucken ob es das modular anders angeordnet hat nein das ist ja auch ein ding wofür gibt es dann dann musst du die beiden wandteile abreißen und nochmal neu setzen stimmt man kann ja einzeln ab machen ja und da haben wir jetzt nämlich ein problem kann so lange aus nachweisen ja sind ja zum glück nur die drei zwei zwei ich muss das und das aber ich meine im winter ich habe dann nicht genug steine dafür ich glaube nicht dass er mittlerweile so viele steine gesammelt hat bei 26 könnte fast hinkommen ich hoffe dass das so funktioniert hoffe ich auch dass ich jetzt die beiden einfach nur schnell abreißen und dann dann wieder ein also das mit der verschiebten erst die andere tür weg machen erst die andere ich kann auch da ein fenster hin machen das war blöd dass ich da jetzt ein fenster hingemacht habe warum weil so viele rundholzer habe ich nicht mitgenommen ich habe auch dafür nicht genug werden ja meine frau bei der kochstelle wenigstens die hitze nicht so schnell meine frau steht ohne das ist nicht nett ah sehr gut was sie hat das haus auch gleich angenommen wieder bei der anderen steigt die laune bis jetzt auf 16 wieder sehr gut unsere hat in der zeit ein prozent laune verloren sie war heimatlos gerüchten zufolge stehen da menschen nicht so drauf ja ich würde die aufnehmen nicht dass sie nachher noch auf dem meer versenkt werden oder so jetzt wäre es echt nur cool zu wissen ob es irgendwas gibt mit dem man mit dem man die sachen halt auch reparieren lassen kann du wolltest damit ausdrücken dass wir nachgucken sollen wir können gerne mal nachgucken weil da wüsste ich halt überhaupt nicht mal wo ich anfangen sollte management wir haben eine taverne da unten diese taverne produziert gerade vier fleisch pro stunde das ist schon mal schön weil wir derzeit ja noch gar keine supp oder sowas herstellen können da wir dafür noch gar keine zwiebeln haben die haben wir erst ab der nächsten saison stimmt die zwiebeln hast du verkauft hattest du dein kohl noch oder hattest du den auch verkauft nicht verkauft ich habe dicke suppe draus gemacht und fleisch mit soße soße ja aber ab nächster saison ist kann sie ja dann fleisch mit soße machen von daher lassen doch da was macht der rocken hier und das rocken korn gelagert werden nicht ertrinken keine sorge nicht mehr als sonst er kann doch schwimmen goldene frage soll ich jetzt einfach das ganze rock den rocken mal ein bisschen dreschen wir reden noch ein bisschen mach doch verdorben 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 ja mal vielleicht in krempel umwandeln also holt etwas raus ja los hast du Rehwan wenn du dein haus upgraden willst musst du nicht zwingend ein neues bauen du könntest auch einmal die wände davon abreißen können durch die anderen ersetzen können nicht die steinwände ja aber jetzt haben wir so ein größeres haus das ist richtig Gott erschuf ein Reh das Reh schaut ihn mit großen Augen an und sagt Danke lieber Gott, dass du mich erschaffen hast du bist wirklich der Größte ich werde dich für immer verehren ich werde immer wieder an dich denken und dir dankbar sein dann erschuf Gott Wölfe Lehrerin tut mir leid Peter, aber mehr als eine 5 Minus kann ich dir im Fach Französisch nicht geben Peter, gracias ja die kleine Anna schreibt ihre Wunschliste an den Weihnachtsmann lieber Weihnachtsmann ich wünsche mir dieses Jahr nur eins und zwar einen Bruder oder Schwester mit der ich spielen kann zwei Tage später kommt deine Antwort schreiben okay, schick mir deine Mutter den hattest du schon ja den hattest du schon mal finde ich jedes Mal wieder gut okay ich habe neulich zwei meiner lispelnden Freunde miteinander bekannt gemacht nach einem kurzen, aber heftigen Faustkampf haben sie so langsam verstanden, dass sie sich nicht gegenseitig verarscht haben schwarzer Humor was geschieht mit den Kindern, die bei Ikea im Smallland nicht mehr abgeholt werden und voraus werden eigentlich die Chatbuller gemacht das mit dem war das noch ich habe meiner Mutter erzählt, dass mein neuer Freund schwerhörig ist und mein Freund erzählt, dass meine Mutter geistig zurückgeblieben ist und es ist sehr amüsant den beiden jetzt bei ihrem ersten Kennenlernen zuzugucken das ist der einst recht sehr langsam und der andere sehr laut oh manno das ist halt echt gut dass du da eine Freundin mit deinem Mann vorstellst, dass sie geistig behindert ist und sie denkt, dass er schlecht wird und spricht deswegen halt sehr laut sag mal, hast du das mit mir und deiner Mutter gemacht? ähm nein, lügen darf man nicht sagen das würde einiges erklären ähm sag mal, ich habe immer noch keine Periode und ich bin schon 19 Claudia hatte ihre schon bekommen als sie 13 war du bekommst auch keine anderen Drei Freunde unterhalten sich, sagt der Erste ich glaube meine Frau betrügt mich mit einem Hockeyspieler ich habe einen Hockeyschläger unter dem Bett gefunden sagt der Zweite ich glaube meine Frau betrügt mich mit einem Fußballspieler ich habe einen Torwart, äh, Handschuh unter dem Bett gefunden sag ich der Dritte Oddy Ich habe einen Jockey unter dem Bett gefunden Denk erst gar nicht dran, By Alles gut Ich sag dazu nur,.. ления Du bist zum blöd zum Fremdgehen Nein, also ja, er ist definitiv zum blöd zum Fremdgehen Das происходит auch nicht das, was ich. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass man rutscht den Felis dass das mit der Lebensversicherung die bessere Lösung ist. Abends läuft immer diese seltsame Werbung im Fernsehen. Frauen aus deiner Umgebung besorgen es dir. Also da werde ich demnächst mal anrufen. Ich habe nicht immer Lust, in den Supermarkt zu gehen und die schweren Taschen zu tragen. Das ist eine nette Interpretation, das Ganze. Sohn kommt nach Hause und schreit, Mama! Mutter, jetzt schrei nicht so, komm schnell hoch, wenn du was willst. Sohn, stopp hoch in den ersten Stock des Hauses. Mutter, ja was willst du? Sohn, schau mal, ich bin in den Scheiße getreten. Effizient. Selbst der Kater findet es witzig. Mami, die in der Schule ärgern mich immer wegen meiner großen Füße. Mutter, okay, pack deine Schuhe in der Garage und dann reden wir. Wir können nicht immer so gemein sein. Ne, wir nicht. Erstmal schon. Okay. Das akzeptiere ich. Heutzutage kann man keinem mehr vertrauen. Ich bin in eine Bar gegangen, habe dann eine Tür aufgemacht, wo Männer drauf stand. Dort gab es aber leider nur Toiletten. Ja, nee, ist klar. Komm, das ist so enttäuscht, als ob du die Pancake-Schublade öffnest und merkst, da ist besteckt. Rivan, wir haben keine Pancake-Schublade. Wie oft noch? In der neuen Wohnung schon. Nein. Kind zum Vater. Papa, was ist dein Einzelkind? Dieser erwidert, frag deine Schwester. Sagt das Kind, ich hab keine. Der Vater grinst. Ein Gefängniswärter zum Anderen. Hast du das gehört? Der Gefangene 279 ist gestern während deiner Nachtwache ausgebrochen. Tja, wenigstens hört das blöde Gehämmer und Kratzen endlich auf. Es gibt zwei Arten von Menschen, die einen waschen ihr Geschirr, nachdem sie gegessen haben, und andere waschen das Geschirr, weil sie essen wollen. Das nennt man auch Studenten. Oh ja. Wobei, das hängt immer davon ab, ob die Suppenterrinen alle sind oder nicht. Einen Dreier zu schieben ist gar nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mustafa21 hätte lieber sein BMW betanken sollen. Seitdem Chuck Norris schwimmen kann, gibt es keine Meerjungfrauen mehr. Das erklärt einiges. Frage, wie nennt man die am meisten verkaufte Brotsorte in Deutschland? Das da. Und welches wird am zweiteufigsten verkauft? Nee, das daneben. Ja. Es braucht ein Blinder im Schwimmbad. Einen Seehund. Herr der Schöpfung, ich glaube, es ist spät. Ja. Sie sollten schlafen gehen. Ja. Da brauche ich zumindest nichts mehr zu essen. Da wir nämlich gerade langsam verhungern, währenddessen wir Stroh und sowas gemacht haben. Mhm. Sobald wir genug Flachs haben. Kein Flachs? Ich stelle ich Leinenfäden her und dann wird hier auch ein bisschen ausgeleuchtet. Das ist die Wohnung größer und meine Frau ist immer noch ein Etativert. Würde mir zu denken geben. Oh. Lüa lies vor. Ein fahrender Händler kommt vorbei. Er erzählt von seinen Waren und den weit entfernten Ländern, die er gesehen hat. Er sagt, dass er dir ein paar Tricks beibringen kann, um bessere Geschäfte zu machen. Natürlich für einen Preis. Bräuchte es 200 Münzen. Haber nur 35. Dann würde ich Antwort Nummer 3 wählen. Ihn zwingen? Okay. 500 Fertigkeitenpunkte in Diplomatie. Nicht schlecht. Und halt die 200 Münzen. Ja, aber so viel habe ich leider nicht. Du könntest Diplomatie kaufen quasi, ja. Du brauchst jetzt keine Lektion. Ich brauche jetzt keine Lektion. Genau, wir gehen jetzt schlafen. Achso. Wir machen jetzt Stopp. Wartet. Eine Sache, weil sonst vergesse ich die da das nächste Mal. So. Feldzauber. Eine Frage habe ich übrigens noch. Warum sind die Bananen krumm? Damit sie in die Schale passen. Sie sind nämlich auch krumm. Jep. Ja. Okay. Leute, war mal wieder eine schöne Runde. Yes. Ihr wisst es ja. Wir treffen uns wieder. Lass ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao, ciao. 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 . Ciao.